Wie nennt man eine kommunistische Süßigkeit? Mauern. Hahaha. Moin Moin Genossen. Endlich ist es soweit. Milos und ich starten zum ersten Mal seit der Italien- und Deutschland-Reihe mit einem ganz neuen Let's Play. Da Milos und ich von diesem Spiel noch nicht genug auf die Schnauze bekommen haben, haben wir uns gedacht, dass wir die unterentwickeltsten Staaten des Spiels wählen. Daher fiel unsere Wahl auf Äthiopien und das kommunistische China. Wie immer haben wir einen Plan, der uns am Ende zu den krassesten Supermächten auf diesem Planeten machen wird. Der Plan lautet wie folgt. In Phase 1 machen wir Äthiopien kommunistisch und Milos versucht sich in Asien noch mehr Wüste unter den Nagel zu reißen. Ist das geschafft, geht es los mit Phase 2, denn in dieser Phase wird Äthiopien versuchen, sein Militär auf den neuesten Stand zu bringen, um nach und nach immer größere Teile Afrikas zu unterwerfen. Währenddessen wird Milos einen Krieg mit dem republikanischen China beginnen, weil es nun mal nur ein China geben kann. In Phase 3 werden wir die Afrikanische Union ausrufen, sodass wir ganz Afrika zu einer Supermacht vereinen. Sollten wir bis dahin noch nicht komplett matche sein, werden Milos und ich den Kommunismus in Phase 4 auf dem ganzen Globus zur dominierenden Ideologie machen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H2M4 mit Milos zusammen. Guten Abend, guten Nachmittag oder guten Nacht. Genau, diesmal hast du es richtig gesagt. So, man muss dazu sagen, ich habe noch nie Äthiopien gespielt, zumindest nicht mit dem neuen Schwerpunktsbaum. Aber wir wissen ja schon, wir wollen den kommunistischen Weg gehen, deswegen mache ich Militärkommunismus. Fertig. Ja. So, gut. Kommunistisches China, hat sich scheinbar nichts getan mit dem neuen DLC. Ne. Wäre auch verwunderlich. Warum dauert es 300? Ich fange erst mal an. Was? Ja, ich fange erst mal an mit dem ganzen Standardzeug, Shang-Chi, Mangogu, Siebet-Sama und so weiter und so fort. Okay. Genau. Weiß nicht, warum es dauert 333 Tage, wenn ich Bauwesen machen will. Egal. Okay. Ja, das ist mir gestern auch aufgefallen, dass du als Äthiopien übelste Mali hast. Ja, ist ganz komisch. Ich habe auch ganz komische Einheiten hier. Aber macht halt Sinn. Ja, das ist jetzt so, äh, beschreibe ich die Milizen halt. Ja, ich kann die auch nicht unbedingt gar nichts irgendwie. Ne, du kannst gar nichts machen. Die Schweizer haben solche Dinge auch. Äthiopische Infanterie Division. Ja, Italien hatte ich auch, habe ich gesehen. Hey, wir machen Ferien in Algerien. Genau das. Ja, ich dachte, Algerien oder so, hätte ich auch einen neuen bekommen. Klar. So. So, let's face. Kann ich mit dir schon handeln? Ich glaube, nisch. Ne, sieht nicht aus. Gut, dann handel ich halt mit den Sowjets auch. Ja, ich kann nichts bauen, weil ich jetzt Stall brauche. Natürlich. Und los. Äh, du hast auch richtig geile Politiker, die dir Mali fürs Ressourcen und sowas geben. Also, dass du, wenn du Ressourcen in Mali hast, du trotzdem mehr produzierst. Achso. Muss ich gleich mal gucken. Was ist das denn? Du hast richtig krank viele. Die cheatet? Was ist das für ein Wehrpflichtsgesetz? Okay. Das ist ganz strange. Aber das sieht gut aus. Also, ich kriege Fabrikleistung, Baugeschwindigkeit und Schiffswerfproduktionsleistung. Hoch. Ja, aber dadurch kannst du halt nur eine gewisse Menge an Divisionen ausbilden. Mali und Mannstärke werden im Kriegsfall automatisch erhöht. Ja, muss mal gucken, wie man es wegkriegt. Die Hauptsache ist jetzt erstmal, dass wir kleine... Ich glaube, irgendwo... Hä? Komm, wir haben jetzt einen Schwerpunkt zu bauen. Ja, ich muss jetzt erstmal kleine Staaten angreifen. Ich weiß noch nicht wen. Als allererstes... Warte. Sudan, ne? Genau. Nee. Doch. Doch, Sudan. Nee, Asu. Asu. Als allererstes Asu. Oder wer auch immer es ausgesprochen wird. Ja, aber ist doch egal, oder? Die haben nämlich noch viele Divisionen. Nee, das ist Kernregion. Ja. Würde ich machen. Das ist Kernregion. Kriegst du günstiger und kannst dich schneller rechtfertigen gegen. Ja, ach guck mal, du kannst dich hier auflösen. Kannst du dir entfernen. Ah, okay. Gut. Antimperialistische Agitation. Agitation, sorry. Ich will aber glaube erstmal wirtschaftlich was machen. Hier? Nee, wo ist denn hier wirtschaftlich? Ich glaube hier. Jo, das sieht wirtschaftlich aus. Das ist in der Mitte, müsste wirtschaftlich sein. Ja. Also das ist ja ganz rechts dein Politikbaum. Ja, hab schon. Ganz links ist Militär und mittig müsste dein, ja genau, mittig ist dein Wirtschaftsbaum. Ja. Okay. Und zwischen der Politik und der Wirtschaftsbaum ist das Ding mit Italienischem Krieg, aber der bringt ja nichts. Ja, ja, ich weiß. So, ich kann, Kräftegleichgewicht habe ich ja auch. Rippen gerade mal auf. Also, es kann sein, dass Äthopien sich abspaltet in Kleinstaaten. Gut zu wissen. Ja. Ich überlege in der Mesafind erweitern. So, ja, in welche Richtung geht das dann? Wir wollen in Richtung Mequanint. Mequanint. Macht der Mequanint steigern. Das hier. Aha, okay. Lokale Straßenbau fördern. Bringt das jetzt was? Alter, dann kriege ich richtig viel Infrastruktur überall in all meinen Gebieten ein. Geil. Junge. Oh, nice. Oh, geil. Genau. Ist ja immer gut zu wissen. Die ganze Welt ist ja dekolonialisiert, aber ihr wisst das ja eigentlich auch durchs Intro. Ist mal ganz spannend. Hat man noch nicht. Bin gespannt. So, kann ich jetzt was? Ach nee, ich kann das jetzt rechtfertigen, weil ich habe gerade Punkte ausgegeben. Nicht Genie. Was habe ich denn für Generäle? Die sehen aber heftig aus. Okay, den kann ich befördern. Okay, dann machen wir das. So. Ich sag dir ehrlich, die skandinavischen Länder brauchten auch mal ein Rework. Ja, die könnten alle einen geilen Schärfungsbaum bekommen. Die haben ja schließlich zumindest schon mal ein Reich, was die alle erobern können. Ja, aber das ist halt kein Rework. Das ist ja eigentlich, die haben ja nur den Basic-Fokusbaum. Ja. So. Staatliche Industrie oder lokale Entwicklung fördern? So. Baugeschwindigkeit plus 5. Baugeschwindigkeit plus 5. Wollen wir halt nicht mal ein Video bringen, wo wir ganz Vanilla spielen? Machen wir doch. Ohne Mod. Stimmt. Ja, wir können auch die erste Entwickler-Version spielen. Nur ganz basic halt. Könnte man mal machen. Also Leute, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, wenn wir vielleicht mal die erste Spiel-Version von Hearts of Iron spielen. Und halt dementsprechend ohne Mods, ohne DLCs und... Ohne alles halt. Ohne alles. Vanilla. Einfach. Ganz Vanilla. Allerste Spiel-Version. Ist eine nice Idee. Wahrscheinlich wird der Multiplayer-Modus gar nicht wirklich gut funktionieren. Aber das kennen wir ja. Gut. Was hat er gesagt? Es hat sich angehört wie Pikachu, was er gerade gesagt hat, mein Generalmann. Kann ich dir leider nicht sagen. So. Weil ich kann weder... Was sprechen hier in Äthiopien äthiopisch? Äthiopisch? Boah, keine Ahnung. Denk immer. Gut. Ich habe eine Armee von 105.000. Das ist für Äthiopien schon heftig. Krass. Meine Fabrik braucht... Warte. Meine Fabrik braucht noch bis 22. September 1952. Wow. Das ist die längste Zeitspanne, die ich in diesem Spiel je gehört habe. Jetzt bis 1944. Das ging schnell. Okay. So. Jetzt kann ich anpassen und verbessern. Oder ich kann Fabrikleistung steigern. Fabrikleistung steigern. Ist glaube ich besser. Okay. Gut. Rechtfertigung wird gerechtfertigt. Jawohl. So. Okay. Was ist das denn hier für ein... Achso. Das ist dieses... Chillet auf. Ne, weil man hier war... Elektrifizieren. Die Dörfer mit Strom zu versorgen ist ein wichtiger Faktor bei der Modernisierung des Landes. 30 Tage Fabriken für Konsumgüter. 5% da drauf und... Blockade Baugeschwindigkeit plus 10 und Bauplätze plus 10. Was mache ich? Hä? Das wird mir hier gar nicht angezeigt. Warte mal. Kleine Ereignisse pop-ups. Soll er mir doch... Soll er mir auch zeigen. Obra. So. Was wird das gemacht? Guck mal. Guck mal bitte einmal Richtung mich. Ja. Bist du bei mir? Ja. Siehst du das? Ich habe da oben jetzt gleich aber zwei Divisionen eingekätselt. Ich kenne da einen Trick, den du immer machen kannst. Damit geht das richtig, richtig schnell. Aber ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Da hättest du einfach durchrennen können. Dann hättest du die Haupt-Treat erobert. Und dann hättest du noch oben ein bisschen was erobert. Dann hättest du es schon geschafft. Das geht immer ganz schnell. Aber passt schon. Das kriegst du dann immer eh hin. Ja. Kann es sein, dass wir es irgendwie vereinfacht haben? Boah, keine Ahnung. Da war es auf jeden Fall echt schwer. Aber mittlerweile ist man auch ein bisschen geübt, ne? Ja, gut. Mittlerweile kennt man das irgendwie alles besser. Mittlerweile kennt man das Spiel halt auch mehr mit seinen Macken und Tücken. Ja. Etopische Industrie und Baugeschwindigkeit plus 10. Oder Obergrenze der Produktionsleistung plus 5. Reparaturgeschwindigkeit plus 10. Und Fabrikverteidigung gegen Bombardierung minus 10. Ich finde das Baugeschwindigkeit ist schon geiler. Ja, finde ich auch. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal auf konzentrierte Industrie. Mache ich jetzt mal. So. Gut, denke ich jetzt. Bro, der Weg Richtung Hauptstadt ist... Kann es sein, dass hier unten die Provinz irgendwie geändert haben? Dass es hier unten jetzt mehr Provinzen gibt? Wo meinst du? Unten in Chanc... Äh, unten in Chancsee. Nö. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Ich glaube nicht. Obwohl Ordos kommt irgendwie... Ey, warte mal. Ordos? Kann sein, dass ich es geändert habe. In Chancsee selber wirkt so viel, viel größer. Ach so, nee. Das ist eigentlich... Nee. Okay. Nö. Gut. Ähm. Mache ich mal Richtung Kommunismus jetzt vielleicht? Mache ich mal das so. Okay. Wie kommunistisch bin ich denn? Ich glaube, ich kriege gerade noch nichts dazu. Doch, kriege ich. Plus 0,05 pro Tag. Auch gut. Okay. So, das Mächtegleichgewicht ist ziemlich gleich. Das ist gut. Und Einheimische beschweren sich über schlechte Behandlung. Es hat mehrere Beschwerden gegen die lokalen Herrscher von Velo gegeben. Das Volk fühlt sich von der Aristokratie schlecht behandelt. Eine erste Untersuchung der Angelegenheit hat gezeigt, dass die Beschwerden zumindest bis zu einem gewissen Grad berechtigt sind. Ein Eingreifen der Zentralregierung wird jedoch von den Adligen nicht wohlwollend betrachtet werden. Wir müssen hier ein Example statuieren. Dann geht es halt zu der Seite das Mächteverhältnis, die ich halt möchte. Oder halt andersrum. Ja, komm. Haben wir ein Ex-Ampel-Statue jetzt auch schön. Sehr, sehr gut. Okay. Dann brauche ich noch für die Rechtfertigung. Ich habe gerade Angriffsbonis gekriegt. Ja, das kann sein. 145 Tage. Okay. Passiert. Ist nichts Neues. Oder hast du einen Schwerpunkt gemacht und meinst jetzt was? Nein! Oh, dann. Ist doch geil. So, der Sudan hat immer noch nichts hier. Ähm. Okay. Boah, Leute. Echt, meine Divisions sind doch ein bisschen doof. Otto übernimmt die ungarische Krone. Okay. Und im Namen des Volkes kann ich jetzt machen. Er hält das Ereignis Putschversuch gegen Heil Selassie. Er schafft zwei Elite-Divisionen der kommunistischen Roten Garde und drei Elite-Divisionen der anarchistischen Schwarzen Löwen in Addis Abeba. Ähm. Er hält das Ereignis kommunistischer Putsch in Ätopien. Mach ich das? Muss ich ja. Meine Ahnung. Ich mach das jetzt. Ja. Aber warte mal. Ja. Ja doch, komm. Ich hab nämlich gleich einen Krieg und nicht, dass ich den deswegen... Ja. Naja. Gut. Dann machen wir es trotzdem. Passt schon. So. Boah. Das dauert so lange, Alter. Krank. Wie lange diese Fabriken brauchen. Aber gut. Wie groß ist meine Armee? Ach, meine Bevölkerung. Zehn Millionen habe ich. Das haben sie nicht geändert. Das ist anscheinend immer noch gleich. Aber macht Sinn. Macht Sinn. Bauplätze minus 30 und lokale Baugeschwindigkeit auch minus 30 wegen Staatsentwicklung. Teilmobilmachung. Okay. Gut. Kommunistischer Putsch in Ätopien. Okay. Putschversuch gegen Heil Selassie. Heute haben Mitglieder des Militärs und der antifaschistischen Organisation Schwarze Löwen einen Putsch gegen die Regierung von Heil Selassie in die Wege geleitet. Der Kaiser war gerade dabei, die Truppen zu inspizieren. Als eine Gruppe verärgerte Soldaten sich gegen ihn und seine Offiziere wandte und sie verhaftete. In der Zwischenzeit übernahmen die Schwarzen Löwen in Addis Abeba die wichtigste Infrastruktur einschließlich der Residenz des Kaisers. Viele Loyalisten aus Militär und Polizei wurden in kleinere Gefechte getötet. Doch das, was von Ätopien noch übrig ist, steht nun unter der Kontrolle einer provisorischen Regierung. Da der Großteil der Bevölkerung vom Krieg gegen Italien erschöpft ist, hat sie die Autorität ihrer neuen Regierung einfach akzeptiert. Die erste Entscheidung der neuen Regierung ist nun über das Schicksal von Heil Selassie zu entscheiden. Okay, da kriege ich halt Kommunismus und neue Regel, kann weibliche Einheitsanführer generieren und kann weibliche Staatsoberhäupter generieren. Ja, das hatte ich gestern auch. Oder ich nehme das andere, da kriege ich aber auch Kommunismus noch mehr. Schwarze Löwen übernimmt die Regierungsgewalt, es werden keine öffentlichen Wahlen abgehalten. Die kommunistische Partei heißt jetzt die Übergangsregierung. Und, ja, aber es ist beides dasselbe. Ey, es ist beides dasselbe, nur bei dem einen verliere ich noch Basisstabilität. Dann nehme ich lieber ein bisschen mehr Kommunismus. So. Jo. Gut. Was brauche ich denn? Für die Union Afrikas kann ich, ich kann beide Wege gehen scheinbar. Ein Appell an die Welt? Kräftegleichgewicht bewegt sich Richtung Anarchisten? Oder Richtung Kommunisten? Die Sowjetunion wird als Gegenleistung für ihre Unterstützung eine größere Kontrolle über unsere internen Angelegenheiten erwarten. Oha. Sowjetische Gewehre. Okay, hier werde ich anscheinend zur Marionette. Das wäre uncool. Das wäre sehr uncool. Ein Appell an die Welt. Okay. Ja, aber will ich jetzt zur Anarchie werden? Ich weiß ja nicht. Nein, du wirst Kommunist werden. Kommunisten oder Anarchisten? Aber bei Kommunisten... Ja, bei Kommunisten werde ich aber eine sowjetische Marionette, also wie es aussieht. Hä? Die Sowjetunion könnte im Tausch für Verhandlungen mit Italien versuchen, die Kontrolle über uns zu übernehmen. Die Sowjetunion wird diesen Vorschlag wahrscheinlich ablehnen, wenn sie nicht mehr kommunistisch sind oder sich in einem Bürgerkrieg befinden. Aber ja gut, ich bin jetzt... Ey, ich habe gestern eine Appelle an die Welt gemacht. Ja, das ist anarchistisch. Oh, bruh. Ja, okay. Tja, das ist natürlich jetzt kaggy. Okay. Baugestündigkeit plus 10. Boah. Da kann ich wirklich Frankreich den Krieg erklären. Ja, hier kriege ich Wirtschaftshilfe praktisch. Sowjetisch-ütopisches Handelsabkommen. Aha, 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 aha. Tja, das ist jetzt natürlich fraglich, was jetzt besser ist. Ich werde es anarchistisch kommen. Es ist ja immer noch kommunistisch, weil ich glaube nicht, dass die Anarchisten jetzt neuerdings auch eine eigene Partei haben, eine eigene Ideologie. Das wäre es noch. Das wäre auch irgendwie neu. So, ich bin auf Teilmobil machen. Das ist schon mal gut. Und ich habe neue Divisionen bekommen durch den Rutsch scheinbar. Jetzt habe ich 130.000 Mann. Cool. Super. Gut. Politische macht plus 150. Kommunismus plus 5. Und ich muss anscheinend jetzt Richtung Anarchisten dann einfach gehen. Okay. Gut, und wie sieht es bei dir aus? So mittelmäßig gerade. Oh, kacke. Wir hätten auch langsam machen können, weil das geht dann meistens besser. Loll. Bringt mir nur nichts. Gerade, glaube ich. Ach, ich bin schon kommunistisch. Oh, oh, okay. Weiterlaufen. Holt euch die Kack-Hauptstadt auf wieder, ihr Trottel. So. Dann jetzt ist das Militär. Wir machen noch nichts mit dem Militär, würde ich sagen. Mache ich mal humanitäre Hilfe. Baugeschwindigkeit. Ne, Reparaturgeschwindigkeit. Japanische Anarchokommunismus werden als Berater verfügbar. Japan hält das Ereignis. Japanische Staatsfeinde fliehen aus dem Reich. Kann dazu führen, dass Japan ein Handelsembargo gegen uns aus... Ne, gegen die Demokratische Volksrepublik Jemen verhängt. Jemen? Was hat ein Jemen jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Aber gut, wenn es nur Jemen ist, dann von mir aus. Aber wenn es der Jemen ist, kann dir das doch egal sein. Bestimmt wieder so ein Übersetzungsfehler, 100 pro. Gut. Einfach machen. Okay, so. Ähm... Was muss ich denn noch erobern? Alter, rote Suffragette hab ich. Das gibt 2% rekrutierbare Bevölkerung. Als politischen Dings, weiß schon. Berater. Junge. Finanzminister. Ja, Finanzminister. Ja... Und Finanzminister. Ne, den hatte ich schon. Nehmen wir den. So. Gut. Ne, aber du hast recht, das ist echt geil mit dem, ähm... Was ich für politische Berater hab, ist heftig. Ah, du bist ja aber wenigstens vor der Hauptstadt. Ne, ich fahr auch schon 5x geführt in der Hauptstadt. Ne, das ist natürlich dann, äh... Nicht so toll. Kann ich den... Ich kann aber als Anarchist locker gar keinen Bündnis machen. Ich hab schon... Ich hab doch schon längst eins. Ach so, ja, dann ist gut. Aber ich kann vielleicht auch keinem beitreten, ne? Ja, das finden wir dann heraus. So, die Volksarmee. Was ist denn Rängen? Junge, deren ganzes Land ist doch komplett zerfetzt. Mach ich mal das. Aber ich würde sagen, Leute... Wir wenden diese Folge jetzt mal. Und sehen uns dann ganz einfach in der nächsten Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung. Nehmt ein Abo, nehmt ein Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das records요. In der nächsten Folge. Vielen Dank.